Stromaggregat für Ahrweiler. Hier am Marktplatz geht fast nichts mehr. Denn der Strom fehlt. Die Flut hat die ganze Infrastruktur zerstört. Es kann auch Wochen und Monate dauern, bis hier wieder alles funktioniert. Das Aggregat, eine Spende von ProSiebenSat.1, steht. Doch es gibt ein Problem. Das sind die Tanks. Und die sind leider schon komplett leer. Oder waren auch nie voll für den Transport. Und dann kann es losgehen, wenn wir Diesel- oder Heizöl haben. Moderator und Schauspieler Tore Schölermann wohnt nur 40 Minuten von hier. Und packt schon seit Beginn der Flut persönlich beim Aufräumen mit an. Schon gestern hätte der Diesel geliefert werden sollen. Eine ganz kurze, wichtige Sache. Das Aggregat steht ja jetzt hier auf dem Marktplatz. Und ich versuche gerade, Treibstoff dafür zu bekommen. Haben Sie einen Ansprechpartner von der Bundeswehr? Weil ich würde mich da selber drum kümmern. Die Lage im Ort immer noch sehr ernst. Das spürt man, wenn man mit dem Bürgermeister Guido Orten spricht. 25.000 Bürgerinnen und Bürgern von 30.000 sind unmittelbar betroffen. Wir haben in den Einsatzzentralen Menschen um Hilfe schreien hören. In der Nacht. Das lässt hier niemanden mehr kalt. Und unsere Heimat ist zerstört. Und deshalb sind wir dankbar für die Hilfe, die von außen kommt. Und die die Menschen sich selbst geben. Wir versuchen uns gerade, gegenseitig Stütze zu sein. Und die Hilfe von außen hilft uns, an das Morgen auch zu glauben. Die Kabel sind gelegt. Das Aggregat steht bereit. Aber ohne Diesel geht hier gar nichts mehr. Doch irgendwo soll hier ein Tankwagen vom Bund stehen. Tore macht sich auf den Weg. Guck mal, wie das jetzt aussieht. Wie friedlich hier die Ahr. Das Wasser stand acht Meter höher als jetzt. Und wurde dann zum reißenden Fluss. Persönlich und telefonisch, die Suche nach dem Kraftstoff ist schwieriger als gedacht. Auch für den Bürgermeister. Tore Schülermann, hallo. Grüß Sie, Herr Schülermann. Hallo. Ich habe schon mit Ihrem Kollegen gesprochen. Es ging um den Diesel für das Aggregat. Wir sind gerade dabei. Ah, ich sehe gerade das in den Tankwagen. Alles gut. Die Hilfe ist da. Prima. Vielen Dank Ihnen, Herr Schülermann. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Tore hat einen Tanklaster gefunden. Aber der ist für andere Aufgaben eingeteilt. Doch der Fahrer verspricht sich, um das Anliegen zu kümmern. Werden die Anwohner heute doch noch Strom bekommen? Das stand vorher bei uns in Sichtweite eigentlich von meinem Büro in Unterführingen am Sender. Und das hat jemand da gesehen und hat gesagt, das ist im Moment nicht in Betrieb. Bei uns der Schmölli, der hier rumläuft, das war seine Idee. Das ist er. Schmölli, super Aktion. Und dann, dreieinhalb Stunden später, ist es endlich soweit. Schmölli, der Diesel ist da. 4.000 Liter, den Diesel gibt der Bund hier kostenlos und unbürokratisch an alle Helfer ab. Vier Tage kann das Aggregat damit laufen und über 100 Haushalte beliefern. Und jetzt ist es soweit. Im Moment läuft die Versorgung noch über Baustrom. Doch der ist jetzt wichtiger denn je. Die Anwohner können es kaum glauben. Ganz herzlichen Dank, Held. Und das ist was Wichtiges, dass jetzt die Bautrockner dann herkommen und Ventilatoren und das mal trocknen können. Schön. Danke. Ja. Sehr gut. Ich richte es an Herrn Prosim weiter. Ja, genau. Schön, nee, toll. Okay. Also, Prost schaffen. Prost schaffen. Tschö. Überall rund um den Marktplatz gehen in den nächsten Tagen die Lichter wieder an. Also, dieses Brummen hier gerade zu hören, also den Strom wieder fließend zu hören sozusagen, ist wirklich essentiell gerade für die Leute, die hier gerade dabei sind, ihre Häuser zu entkernen. Die brauchen Licht abends. Die brauchen Bautrockner, um die Feuchtigkeit jetzt rauszubekommen. Das braucht alles Strom. Und das gibt vor allem Hoffnung.